Die 5 besten Komplettsets für Jugendzimmer Ich habe das Playmobil Dollhouse 70.210 Babyzimmer gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es ist ein tolles Spielzeug für Kinder ab 4 Jahren und enthält viele süße und realistische Details wie eine Wiege, einen Wickeltisch und Spielzeug für das Baby. Die Spielsets sind einfach zu montieren und die Figuren sind von hoher Qualität. Meine Kinder haben viel Spaß mit diesem Set und es hat ihre Fantasie und Kreativität angeregt. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe die Milfech 36 Watt LED Deckenleuchte mit Bluetooth Lautsprecher gekauft und bin begeistert von der Qualität und den Funktionen. Die Fernbedienung und die App-Steuerung ermöglichen mir eine einfache Kontrolle der Beleuchtung und des Soundsystems. Der Farbwechsel der LED-Lichter schafft eine angenehme Atmosphäre im Raum und lässt sich perfekt auf meine Stimmung anpassen. Die Installation war einfach und unkompliziert. Ich kann die Milfech LED Deckenlampe jedem empfehlen, der ein multifunktionales Beleuchtungssystem für das Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Wohnzimmer sucht. Ich habe den Playhaha Gaming Stuhl in Rot gekauft und bin begeistert. Der Stuhl ist sehr bequem und verfügt über eine ergonomische Formgebung, die auch bei längeren Spielsessions für optimalen Komfort sorgt. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung und das schicke Design machen den Stuhl zu einem echten Hinbucker in meinem Arbeitszimmer. Auch die Möglichkeit, die Armlehnen anzupassen und den Stuhl in verschiedene Positionen zu bringen, macht ihn sehr flexibel. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann den Playhaha Gaming Stuhl definitiv weiterempfehlen. Ich habe diese Bettwäsche für meinen Sohn gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Die Farben sind schön und kräftig und die Qualität der Bettwäsche ist sehr gut. Mein Sohn liebt es, wie sein Bett jetzt aussieht und ich bin froh, dass wir uns für dieses Set entschieden haben. Es passt perfekt zu seinem Gamer-Thema Schlafzimmer. Die Lieferung war auch schnell und problemlos. Ich würde definitiv empfehlen, dieses Bettwäsche-Set zu kaufen. Ich habe vor kurzem das Kerni 3D Wandtattoo Gamer gekauft und es hat meine Erwartungen übertroffen. Das bunte Gaming-Poster ist perfekt für das Schlafzimmer meines Sohnes und bringt eine lustige und aufregende Atmosphäre in den Raum. Das Wandtattoo ist einfach anzubringen und haftet gut an der Wand. Mit einer Größe von 80 x 47 cm ist es groß genug, um einen Blickfang zu schaffen, aber nicht zu groß, um den Raum zu überwältigen. Ich würde das Kerni 3D Wandtattoo Gamer jedem empfehlen, der nach einer coolen, Gamer-inspirierten Dekoration für sein Jugendzimmer sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.